Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Angespielt. Heute gucken wir uns mal Hoof It an und zwar ist das Spiel von Tivola und ich weiß noch nicht genau um was es geht, man muss irgendwie wegrennen. So viel weiß ich schon, also nicht wirklich viel. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal zusammen an, ich würde sagen wir starten einfach mal. Okay, ah okay, ich muss also wegrennen vor denen. Das ist, äh, ich komme nicht weg, warum nicht, warum geht das nicht? Hallo, hallo, ah, okay. Hm, es ist ein bisschen unvorteilhaft, wenn natürlich bei so einem Spiel jetzt die Maus nicht geht. Hm, ja. Ach, ziehen geht besser. Okay, ziehen statt klicken. Und dann gibt es da auch Zeit, alles klar. So, jetzt bin ich wieder um einiges schlauer. Wir gucken mal, was man hier so erreichen kann, wenn man nicht gefangen wird. Ah, jetzt sind die langsam, das ist gut. Sehr gut. Oh, oh. Oh, oh. Ah, aber, ne, immerhin. So langsam wird es besser. Ah, da, Gold. Gold, 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 Gold. Gold kann man nochmal gebrauchen. Nein, weg, weg, weg. Nein, der kriegt mich nicht. Hehehe. Oh, da, Gold. Uah. Gott, die werden... Die werden nach einer Zeit schneller, ne? Naja, müssen sie, ja. 36, juhu. Da ist Gold. Uah. Ja, uah. Geh weg, geh weg, geh weg. Das will ich haben. So, jetzt haben wir mittlerweile neun Gold. Müssen wir mal gucken, ob man sich da irgendwas von kaufen kann. Man kann sich, ähm, neue Spielfiguren kaufen. Also, die Kuh, da gibt es dann noch andere, die man sich aussuchen kann. Für 250 Münzen, glaube ich, habe ich gesehen gehabt. Oh, oh. 51, juhu. Geht weg. Und wieder ne Münze. Da ist wieder eine Münze. Äh, oh, äh, oh, jetzt wird es aber eng hier. Da ist wieder so ein langsames Ding. Aha, toll. Äh, okay, das war jetzt nicht so toll. 51 war jetzt bis jetzt das höchste, was ich erreicht habe. Zack. Ja, nee, ist klar. Aber 17 Gold schon? Äh, 18. Ja, ich habe meine Kuh verloren. Okay. Es ist immer ganz gut so, diese Verlangsamung. Da kann man so ein bisschen an seinem Highscore arbeiten. Da gab es zwei Münzen. Das ist, das ist nicht nett, mich so in die Ecke zu drängen hier. Geht weg. Nein, weg, 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 weg. Oh, da ist wieder ein Verlangsamung. Da komme ich nicht ran. Oh Mann, oh. Komm, die 51 will ich noch, äh, auf jeden Fall erhöhen. Zack. Geht weg. Jetzt mal gucken, ob ich die 51 noch geschlagen kriege. Und dann gucken wir mal in den Shop, was man sich so kaufen kann. Ja. Weg, 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 weg. Ihr bösen, bösen. Was seid ihr eigentlich? Wölfe, Füchse? Füchse und Wölfe vielleicht. Oh, da hinten ins Eck wäre jetzt toll, aber, uah, mh, toll. 42, yay. Nein. Ich habe meine Kuh wieder verloren. Ja, ich bin eine Kuh. Weg. Da ist ein Verlangsamer. Den will ich haben. Den will ich haben. So. Das ist nämlich schon mal die Chance darauf, diese paar Sekunden mehr zu machen. Nämlich schon viel besser. Wieder die Kuh verloren. Ja, wieder einfach langsamer. Und ein Gold. Oh, nee. Geht weg. Geht weg. Jetzt geht weg. Yay. Ah, Highscore geknackt. Ja. Geht weg. Nein. Ein Herz. Jetzt mögen die mich alle. Okay, jetzt haben die mich lieb. Das ist toll. Das mag ich. Neuer Highscore 66. Yay. Okay. Ich x das mal. Und dann kommen wir nämlich hier zum Anfang. Hier kann man dann seine besten Listen einfach teilen mit Freunden. Hier hat man Einstellungen. Sound an, aus. Kennt man ja. Und hier hat man den Shop. Und da kann man sich nämlich dann ein Schwein kaufen. Oder ein Schaf. Oder eine Ziege. Oh, eine Ziege. Ich mag Ziegen. Also, die kann man sich dann hier nach einer Weile kaufen. Ich meine, wir haben jetzt 32 Münzen gesammelt in dieser Zeit. Das waren jetzt, ich weiß nicht, irgendwas um die 5 Minuten gespielt. Also, es dauert dann schon eine kleine Weile, bis man die zusammen hat. Man hat also schon eine kleine Herausforderung. Das finde ich ganz okay. Sagen, wir machen jetzt noch eine, eine Runde. Eine kleine Runde. Ihr bösen, bösen Wülfe. Geht weg. Ich mag euch nicht. Da ist noch Gold. Da, wieder ein Herz. Dann sind die ganz lieb und tun so, als wenn die einem nichts zu leide tun können. Dann kommen die genau auf einen Zugesprung. Und dann fressen die einen. Ja, ja. Das haben wir gern, oder? Geh weg. Na, verdammt. Haben die mich doch wieder erwischt. So ein Ärger. Na gut, okay. Ich würde dann an dieser Stelle das Angespielt beenden. Wenn euch das Spiel gefällt und ihr da Lust zu habt, also es ist auf jeden Fall mal witzig, dann könnt ihr das auf Google Play kostenlos runterladen. Den Link zur offiziellen Seite findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns dann in einem anderen Video. Also bis dann. Ciao, ciao.